so ihr lieben huhu wir sind hier auf dem eutritscher marktplatz hier ist der liebe sven schaut mal der gute mann ist die sauberkeit zuständig ich statt der das müssen wir rausschneiden hallo hallo so dann schauen wir mal ihr seht die ersten bauen schon auf die milchbärchen sind am start der verein und die stefan die sind am start und da schauen wir doch mal wenn wir hier als erstes stören können hallo 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 wer bist denn du bin die marie und ja wer kinderklamotten braucht oder spielzeug und ganz viel zeug bitte kommt her kauf 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 bis später hier auf dem eutritscher markt wir schauen jetzt mal weiter was hier noch so geht es wächst alles es wächst ja und wen haben wir da vorne noch gefunden das ist doch unsere stefanie darf ich dich kurz stören huh schönen guten Morgen liebe stefanie wer bist denn du stell dich mal kurz vor wo sind wir also wir sind auf dem eutritscher markt ich bin stefanie schwipps vorstand von den familienfreunden wir haben letztes jahr ein verein gegründet und sammeln heute auf unserem flohmarkt für das wanderfest am 14 9 auf dem eutritscher markt in der eutritsch galerie und im arthur brett schneider park ich hoffe wir sehen uns heute und auf jeden fall in jedem weiteren sommermonat denn es gibt noch so viele mehr veranstaltungen auf jeden fall wie viele stände sind heute 70 wir haben 400 quadratmeter und 70 aussteller sind da nur für euch kommt er ist erstmal bescheid ich stelle dich weiter danke dir danke dir und wen haben wir jetzt noch unsere liebe victoria guten morgen was machst denn du hier ich bin einfach nur springer ich helfe an allen ecken und enden und ja wir freuen uns einfach total auf euer kommen es gibt genug leute genug stände wie ihr schon gehört habt und ja attacke attacke das war das stichwort weitermachen meine liebe bis gleich bis bald und es werden noch ein paar aufnahmen folgen liebe grüße